Hallo und damit herzlich willkommen. Zu einer weiteren. Sag auch mal was. Anime Dronron! Mit mir, dem Engage und dem Herrn Sofort. Also es geht wieder um einen Account von dem Herrn Sofort. Der sich gerade tierisch kaputtlacht. So, gucken wir mal. Der muss jetzt erstmal Rewards abholen hier. Ich werde heute einfach nichts sagen. Das wird die langweiligste Folge ever. Genau. Ever, ever. Weil du hinter dem Mikrofon sitzt. Gut. Alles klar. Bist du in Ordnung? Ich hab das schon verstanden. So. Und was gehen wir denn noch alles für Belohnungen raus? Hättest du es nicht verstanden, dann hätte ich mir Sorgen sollen. So. Jetzt bist du durch. Und jetzt geht's los. Also was haben wir denn? Sagen wir denn alles zusammen? Oh ja, in der Box so. Also machen wir was. sondern Gebot. Hoffentlich komm, 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 bitte, bitte. Lass es zusammen draufdrücken. Komm, und jetzt muss was geschehen. Los! Los, komm. 126. Ja. Ja. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Das ist geil. Das ist nice. Das ist nice. Das ist richtig nice. Das kann der Account gut gebrauchen. Oh, geil. Ah Gott. Oh. Umbriel. Übrig, seite, weil sich das wundert, was sind das für Ausguchzeichenkarten? Ja, Leute. Ja, ich hab mein Spiel seit ungefähr fünf Wohnahten nicht mehr geupdatet. Und hab jetzt da die Ereignisse nicht. Ja. Schön. Auf jeden Fall. und ein weinschuh naja gut was heißt so viele kamen ja nie raus aber ich habe es so gut so uns zusammen drauf drücken und zack einbänder lassen wir gucken ob du mit dem was anfangen kannst du dein eigenes deck nicht nein ich habe mit karten so 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 was können wir denn noch mit der anderen wir haben ja zwei andere lages bekommen das sind die sind ja aber die müssen ja die tropide korrektieren was machen ich hab die bis jetzt immer da gelassen weil ich halt nicht genug wort hatte naja ich lasse die anderen die abgaben ja es muss erst erforscht werden es muss erst vorstellen karte konnte nicht auf gewünschte stufe abgebildet ja nie was da keine 200 mehr aber da kannst du jetzt recyceln macht doch einfach alle grauen dies jetzt bist du umständlich mal wie viel fehlen wir dann da noch viel wie viel fehlen noch 250 und noch mal 300 550 so geh mal guck mal deine epics an die du da hast mach erstmal deine ganze gehen wir da oben rein und mach erstmal alle comments so und alle einfach draufklicken so genau recyceln erst mal das so dann machst du das gleiche mal mit deinen ganzen grünen die brauchst du ja auch nicht so dann gucken wir mal jetzt nein bist du denn des wahnsinns so ist das mal schauen mal auf 0 also filter 0 filter 0 das ist mal gucken was was könntest du denn eigentlich nicht gebrauchen moment bryant martini wirst du nie spielen cuppit cleveland wirst du nie spielen dales artillerie bist du auch nie spielen disco krimi machen wir beide wenn wir uns nicht in einen drin lassen so flirty tutor wirst du jemals ein flirty tutor spielen so was ist mit diesem komischen friseur geschäft wirst du das spielen so weiter ist haben wir noch ein golden hört kannst du auch weg packen so ein klaus klaus heißt hast du auch diese komische die ist so scheiße ja und damit kannst du komplett auf level gut vergleichen seine serie so damit kannst du komplett auf drehst ja max peter sehr schön so jetzt machen wir noch den herrn gleich zwei nein nein der herrn bis dann noch ein tschüss das glaube und like und kommentar bis dann noch ein tschüss